Rikki auf dem Mars Es ist Zeit, wo die Würmer klüger als die Menschen sind. Rikki ist auf einer geheimen Mission und muss einen Schatz finden, der auf dem Mars versteckt ist. Er guckt auf einem Hügel, wo der Schatz sein könnte. Doch da, unter einem Hügel, war der Schatz. Er hatte den Schatz, aber, oh Schreck, wo war sein Raumschiff? Zum Glück kamen drei Marswürmer angeeilt. Zum Glück fanden sie das Raumschiff und verabschiedeten sich vom Rikki. Rikki flog zurück und wurde herzlich empfangen. Und sie feierten ein schönes Fest, auch der Bürgermeister war dabei. Und Rikki freute sich bis an sein Lebensende. Rikki sein Hahahaha!